Also das war eine ganz große Überraschung für mich. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Als ich es bekommen habe, habe ich mich total gefreut. Das war ganz toll. Kärcher hat mich überrascht in dem Moment. Wir haben seit vielen Jahren ein System bei uns im Haus, das heißt KIM. Das ist das Kärcher Ideenmanagement. Das soll Mitarbeiter motivieren, ihre Ideen ins Unternehmen einzubringen, damit Kärcher sich weiterentwickelt. Die Menschen sollen mitdenken und uns auch ihre Ideen mitteilen. Dafür gibt es Prämien, zum Beispiel ein Los der Aktion Mensch. Einmal kriegen Mitarbeiter eine Belohnung, sie können was gewinnen. Auf der anderen Seite freuen sich die Mitarbeiter, dass wir was Sinnvolles tun. Das Besondere ist für mich, selbst wenn ich nicht unter den Gewinnern bin, dass damit eben anderen Leuten geholfen wird oder dass es auch anderen Menschen zugutekommt. Das erhöht auf jeden Fall die Identifikation der Mitarbeiter. Mein Arbeitgeber fördert damit auch soziale Projekte indirekt und das finde ich toll. Mich motiviert es dann noch mehr bei Kärcher zu arbeiten. DERINKEN 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 Vielen Dank.